Guten Tag ihr lieben Leute und willkommen zur Entscheidung des Buchstaben C der 5. Runde EPEC und wir haben 34 Spiele zur Auswahl beim Buchstaben C, also recht viel und mal gucken was da rauskommt. 34 genau das letzte Mal wieder So was haben wir denn da? Was ist das denn? CYRON WAR SOUND OF... was? SOUND OF DEEPS Was ist das denn? Das ist ein Browser Game und was ist das? Ist das ein Rollenspiel? Ja es sieht nach einem Rollenspiel aus, werden wir erstmal gucken ob das überhaupt noch da ist und ein Browser Game Das erste Browser Game was wir hier wirklich antesten und müssen wir da auch aktiv mit dabei sein ich guck mal hier schmuh mal kurz ganz schnell So Na gut, das sind hier paar Bildchen Das Tactical Alter, das sieht doch noch was aus Gibt das doch auf... warte mal Ich sende das viele schöne Sprache hier Koffe mal Das sind EACH Ja gut, gibt's auf Englisch Ist in Ordnung Gut, wir haben mal Äh Diese Äh CYRON WAR Mal antesten Wir sehen uns die Tage Vielleicht kommt natürlich der Trailer für euch Und natürlich immer schön bewerten Ja, wie ich das nun mal bewerten werde Ihr bewertet, wie ich das bewerten werde Ja, ist auch nicht schlecht Ihr gebt einfach einen Tipp ab, wie ich das bewerten werde So können wir es sagen Und ja Bis die Tage Euer Zoraken Tschüssi Untertitelung des ZDF, 2020